hat Körpergröße etwas mit Krebsrisiko zu tun. Größere Frauen haben einige Vorteile, ZB müssen keine hohen Absätze getragen oder Kleider gesäumt werden. Eine kürzlich durchgeführte Studie legt jedoch nahe, dass die Größe bei Krebsgefahren ein Problem darstellen kann. Laut einem Forschungsteam der Universität besteht bei Frauen eine direkte Korrelation zwischen Krebsrisiko und Körpergröße, sobald sie die Wechseljahre überschritten haben. Die Analyse von 144 000 Frauen legt nahe, dass das Risiko einer Frau, an einer von 19 Krebsarten zu erkranken, für jede weitere Höhe von 10 cm um 13% zunimmt. Die Studie berücksichtigte Faktoren, die das Krebsrisiko beeinflussen, wie Gewicht, ethnische Zugehörigkeit, Rauchen und Alkoholkonsum, und berücksichtigte keine Frauen mit Krebserkrankungen in der Vorgeschichte, mit Ausnahme derjenigen, die an nicht-melanomischen Hautkrebs erkrankt waren. Die Forscher schlussfolgerten, dass Weiß